Auch ich habe mal eine Pause verdient. Bevor es dann weitergeht zu einem Hersteller, dessen Produkte ihr alle kennt. Alle Wohnmobilisten benötigen seine Produkte. Schaut hin. Mein Name ist Gerhard Reich. Ich bin seit 51 Jahren in dieser Branche und habe mich seit etwa 25 Jahren oder etwas über 20 Jahren mit Ent- und Versorgung beschäftigt. Und glaube jetzt, das gefunden zu haben, was wir brauchen draußen. Das große Problem beim Reisemobilist ist das, wenn er seine Kassette entleert hat, sucht er irgendeine Möglichkeit zu spülen. Bei unserer Anlage, die komplett getrennt ist vom Frischwasser, kann man Kassette spülen, entsorgen, all das, was man loswerden will, Fäkalienwasser ablassen. Und kann dann nebendran an der zweiten Säule sein Frischwasser holen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, mit der Kassette an die Frischwasserleitung zu gehen. Ich glaube, das ist ein Beitrag für die ganze Hygiene, die wir in unserer Richtung, in unserem Hobby brauchen. Einmal die Entsorgung, dass man hier die Kassette ausleeren kann. Dass man bei diesem Bodendurchlass große Tanks entsorgen kann. Dann hat man hier dran drei Knöpfe. Einmal die Spülung in diesem Gerät, dann einmal die Spülung für die Kassette und dann einmal die Spülung für den Boden einlassen. Das komplett als Entsorgung. Dann hat man überhaupt kein Frischwasser belästigt. Und dann für das Frischwasser diese Säule. Bei dieser Säule ist es so, hier bekommen Sie für 10 Cent 8 Liter Wasser, für 1,80 Euro. Das heißt, Ihr Kaffeewasser muss nicht mehr aus Ihrem Tank kommen, sondern Sie können sich die 8 Liter separat holen. Liebe Wohnmobilisten, Sie kennen ja unsere Werbung, wo steht, Sie haben gut geschlafen, Sie haben garantiert auf einem Platz mit unseren Produkten gestanden. Ich wünsche Ihnen weiterhin, dass Sie viele Plätze finden, wo unsere Produkte stehen. Danke.